So, die Vorfreude steigt aufs neue Addon. Man sieht schon gut an Orgrimmar, so voll war es schon lange nicht mehr. Die Leute warten auf das ersehnte Addon, aufs erneute Leveln. Das ist wirklich hier erstaunlich, wie viele Leute es doch in Orgrimmar sein können. Wie viele Leute es auf die alte Schlacht sich hier treffen. Schon lange nicht mehr gesehen sowas. So.